Hey Sida, ich komme von Arriba und habe Bust für Sida. Freundlich, lächelnd und immer bereit. Kein Weg für den Briefkasten ist uns zu weit. Die Bust für Sie ist uns wichtig und wir stellen deshalb alles richtig. Ob Moped, Auto oder Rad, wir stehen für die Briefe immer parat und haben wir sehr viele Sendungen. Für uns gibt es keine Begrenzungen. Wir tragen immer lustig und munter. Auch bei Regen und Schnee kriegen wir die Sendungen unter.